Hallo, ich grüße euch. Heute zeige ich euch, wie Sie mit OpenOffice fiskal arbeiten können und zwar, ich zeige euch, wie Sie am Anfang verschiedene Ansichten, Ansichtmodus am Anfang in OpenOffice fiskal haben können. Also, dann gehen wir sofort, wir legen zum Beispiel eine neue. Also, wir haben schon was hier gemacht und wir wollen einfach Ansicht, wir wollen zum Beispiel Ansicht, jetzt haben wir eine normale Ansicht und wir wollen zum Beispiel einen Seitenumbruch einfach machen, Seiteumbruchvorschau machen, dann gehen wir einfach auf Ansicht und hier Seiteumbruchvorschau und dann sieht es einfach so aus. Und wenn Sie einfach zurück haben, zurück wollen, dann drücken Sie einfach mit der Skip-Taste und dann wird einfach zurück erstellt. Also, und von daher ganz einfach. Und Sie können auch einfach hier ändern, indem Sie einfach auf normalen Videos zurück machen und Sie können einfach ändern, wie Sie einfach wollen. Und Sie sehen schon, also, es ist einfach sehr klein geworden und Sie können nochmal ein bisschen ziehen, wie Sie einfach wollen und es wird einfach ganz, ganz gut. Und Sie sehen einfach hier, wir haben eine Seite, Seite 2, Seite 3, Seite 4 hier. Also, das ist wirklich eine sehr, sehr große Seite, wie Sie einfach sehen. Und in einer Tabelle haben wir auch viele verschiedene Tabellen, 3 zum Beispiel, aber wir können auch weitere Tabellen zum Beispiel hinzufügen, die wir einfach wollen. Und von daher ganz, ganz einfach. Und all diese Sachen habe ich schon in meinem vorherigen Video schon bearbeitet und wenn Sie noch nicht gesehen haben, dann appelliere ich euch einfach die Videos einfach anzugucken. Und es lohnt sich einfach, ja, damit Sie nichts einfach verpassen können und von daher bleiben Sie einfach dran. Ich freue mich einfach, das nächste Video wieder mit euch zu sehen.